Für alle Gears of War Fans gibt es jetzt ein richtig geiles Special. Von diesen Gears of War Crocs sind weltweit nur 1000 Stück hergestellt worden. Eines davon halte ich jetzt in der Hand und das werde ich jetzt hier verstecken. Rechtzeitig vor dem Release am 7. November werden weltweit alle 1000 versteckt und die weltweite Community schaltet dann mit eingravierten Codes auf diesem Cocktag exklusive Inhalte auf der Website frei. Los geht's! Das war Console.at Live Episode 5 mit dem großen Special zur Game City im Wiener Rathaus. Ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wünsche euch viel Spaß beim Zocken und vor allem viel Spaß beim Suchen. 2020